irgendwie gehen auch die waffen viel schneller durch so neue grafikkarte ist traumhaft leute ist es traumhaft ich werde übrigens auch bei bei minecraft wahrscheinlich dann demnächst mit aufnehmen oder so ja komm 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 nein du machst das jetzt nicht nein 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 du verwandelst dich jetzt mit zurück mit dir so dass da das noch da jawohl so auf einmal läuft das ganze auch flüssig und alles ich glaube der vergleiche das gerade mit dem mit dem film ich kenne die du mir ehrlich sind aber wenn ich das richtig verstanden habe ist das bei diesem film scheinbar so dass er das schwert verlieren tut also dieser die haupt der hauptdarsteller wahrscheinlich und es ist ein grüß bei 100 prozenten haben wir 50 alles klar holen wir das und das erstaunlich zu sein dass er dann wirklich nichts bekommt außer das mädchen und darum geht es ja eigentlich immer hier kann ich nicht hoch ja wir sind wir sind im aufzug ich glaube ich weiß warum ich nur so um die 30 vers habe ich glaube ich habe bei bei fraps das noch umgestellt soweit ich mich erinnern kann hatte schlechter ach das ist eine lampe er ist nicht wahr hat hier gerade alles hell gemacht ja guck dich das man gigantisch gigantisch leute gigantisch nur was ist das irgendwie gefallen mir diese stadt 100 so naja kommt dann kommt dann ich habe eine neue grafik hatte ihr könnt mich nicht töten das hätte ich besser nicht gesagt eigentlich fällt mir gerade so auf es gibt dann wahrscheinlich so geniale nebeneffekte wie ich sterb 30.000 mal der andere wird doch auch gleich hier sind oder dann halt eben so ne alles klar wir müssen als dieses ich höre es schon das müssen wir dingsten zerstören ihr wisst was ich meine dieses 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 ding wovon mir jetzt gerade der namen mit einfällt hier müssen wir rüber gucken wir in die kissen noch ein ich wollte zuerst übersehen ich denke dass da doch ein großes gemütze gibt wohl oder übel oder auch nicht die menschen sterben sind du bist allein ja aber du kannst noch nicht die schwarze das muss frustrierend sein woher ist der schwarze oh dein kleiner kurier deine schwarze wird niemals finden du brauchst nur für dich du brauchst nur für dich patienten und lass mich zu Ende du wang wird hier schnell um die andere zwei schwarze zu mir er wird dich töten Und warum macht er das? Er sich mit meinem Bruder, Oji Bullshit! Du hast ihn für einen Sord, nicht für einen. Wie finder er den anderen, oder diesen Ort? Weil er... Ich... Ich kann nicht Oji nehmen diesen Sord. Kill Low-Way. Und ich reinsteigere unsere Original Bargain. Ich? Kill ihn? Geh diese... ... schwarze Teile. Ein Tast des Preises, die wir uns aufregeln haben. Jetzt ist das... ... mehr wie es. Wow. Das, äh... ... find ich grad nicht schön. Ich geh davon aus, das wird jetzt unser Kampf werden. Das ist alles noch Zwischenszene? Ja. 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 Bitte. Du kannst dich nicht! Du kannst dir das nicht! wir haben hochschies maske aber hoch hier ist in dem sinneke hat ich habe ich habe ich habe das erstaunlich ist dass die alle diese teile hier machen denn haben wir schon mal das geil kommt schon kommt das skelett ich tüte dich scheißegal ich ich wollte ich ja das läuft jetzt doch schon ab 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 schwert kräfte so war die kombination das war gerade irgendwie fail habe ich das gefühl ja es hat irgendwie gerade so ausgesehen wie als hätte der jetzt hätte ich hinter ihm geschlagen sozusagen also grundsätzlich versucht man ja mit dieser attacke hinter den gegner zu schlagen damit man den dann redan kann sozusagen ja aber irgendwie habe ich gerade das gefühl dass das nicht der fall war na komm mit dir ja vielleicht haben wir jetzt gleich wieder jetzt haben wir den noch erledigt komm schon äh um ganz ehrlich zu sein das geht mittlerweile so schnell dass es mich sogar schon verwirrt ja also ich muss ganz ehrlich sein ich schlag einfach nur drauf ich meine klar das habe ich vorher schon gemacht aber sagen wir so das wilde draufschlagen ist jetzt noch verbunden mit wildem hin und her schauen ja ich mache meine maus einfach die ganze zeit so hin und her und dann schlage ich noch und jetzt hätte ich fast dieses fass angeschlagen und dann hätten wir das explodiert und jetzt habe ich schaden bekommen verdammt ja dieser ort wieder einfach nur ist hier ist es von alles komm hier muss man auch durch können da kann mir einfach durchgehen ich meine das hat mir auch schon mal weil er war dass man einfach durch die wand gehen konnte so zu sagen hier ist 100 pro irgendwo noch ein geheimnis versteckt aber ja was soll ich sagen ich gehe nicht davon aus dass ich großartig in der lage sein wird das zu finden wie sich so die die sich verändert so so wenn wir jetzt hier dann so rein geht so es wird blau aber das ist das ist fantastisch ist das leute fantastisch ich glaube das hängt viel mit also ich habe hier eine nvidia geforce gtx 660 ti heißt es ja die habe ich ja drin und deshalb habe ich auch diese physik und was natürlich auch ist oder hier kann man dadurch okay ich glaube das hängt viel damit zusammen die ist ja technikmäßig gesehen ist ja tausend mal höher wie die die ich jetzt habe die ich vorher hatte wollte ich sagen schön an der seite hier vorbei gebackt dass man es hier aber eine zerstörung von wundert mich grad oder vielleicht mit etwas exklusiven 1 2 3 3 und nein alles klar laden wir nach warte da trauer kathos geblinkt oder tatsächlich oh gott sei dank nehmen wir wieder unser geiles schwert raus da ist nichts hier ist nichts da ist nix das 3 3 3 4 5 4 5 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 10 5 5 5 5 5 6 7 6 10 7 die teile hier selbst gar nicht leiden